hi zusammen eine messer technisch sehr aufregende woche geht dem ende zu diese woche haben mich drei messer erreicht wovon zwei mich zwar wieder verlassen werden aber trotzdem sehr aufregend neues zum bespielen da gehabt der zwei messer aus dem passaround und das was man hier jetzt von sieht ist ebenfalls ein messer aus dem passaround und zwar das passaround ist organisiert worden von dem lieben miro da nochmals vielen vielen dank an miro aber auch großen dank an kaiser knives die uns das messer zur verfügung gestellt haben wobei das ist das zweite messer was jetzt im nachhinein er zugeschickt haben für den passaround anscheinend haben wir wirklich gesehen dass wir das gut machen dass dem euro das sehr gut macht und ja ein sehr besonderes messer wie ich finde denn das gibt momentan noch gar nicht im handel sondern wird derzeit produziert oder die produktion wird demnächst losgehen interessant auch deshalb dass ja weil paar punkte oder generell die punkte die wir hier jetzt ansprechen dass die vielleicht in die produktion mit einfließen das ist natürlich immer sehr sehr interessant nun gut der hat das messer ja bereits vorgestellt und rein theoretisch gesehen könnte ich mich kurz fassen und sagen ja er hat recht und als fazit sagen ja sehr gutes messer oder gutes messer je nachdem wie man es will nur rein designmäßig einfach nur stark geschmackssache das machen wir aber natürlich so nicht sondern ich möchte schon ein bisschen was dazu sagen habe das video jetzt schon x mal gedreht nur irgendwie die videobearbeitung funktioniert bei mir nicht weil die videos ein irgendwie so lang geworden sind daher muss mich aber wirklich kürzer halten als es eigentlich mehr lieb ist aber ich versuche alles anzusprechen gut kurz zu den technischen daten wir haben die 21 cm gesamtlänge davon fallen 9 cm an die klinge an und ja 4 mm klingenstärke und der verwendete klingenstahl ist der s 35 vn da zu sehen ansonsten folgt titan griff framelok titan backspace titan clip also ein ja ordentliches paket eigentlich rein von der von den materialien her schon was vernünftiges designmäßig ist es wirklich sehr geschmackssache und da fangen wir einfach mal an mit der klinge würde ich sagen die klinge wie sehr einfach oder zu sehen einfach ist ist tanto klinge sein tanto schliff sehr genial hier der übergang beidseitig finde ich super genial habe ich bisher nur an microtech messern gesehen an den soccer modellen des weiteren geht es hier in diese langloch tasche mit den bohren auch sehr sehr schön die klinge an sich gefällt mir sehr gut muss ich sagen aber auch hier dieses element kennt man ja und zwar von topbacks bodega bei ihm ist nur der unterschied dass die bohren abwechslend groß und klein sind ansonsten hier auf dem rücken ein swatch sehr schön gemacht wie gesagt die klinge gefällt mir sehr sehr gut und ja ein finger scheu der ist ebenfalls hier zu sehen das gute an der ganzen sache ist einfach die dass das ganze abgerundet ist also da wo der finger sitzt davon wurde finger drauf drückt ist wirklich abgerundet fühlt sich sehr gut an definitiv ja soweit erst mal zu der klinge dann zum griff der meines erachtens das ganze paket irgendwie ein bisschen runter zieht ja titan griff titan frame lock an sich sehr schön nur dieses motiv oder das muster ich nenne das jetzt mal ranken motiv das ist irgendwie ein bisschen verwirrend einer von den restaurant teilnehmer meinte oma tapete und ich finde die bezeichnung die passt wirklich definitiv gut kommt momentan oder war jetzt vor kurzem auch schon mal wieder in mode und alles schön gut aber an einem messer finde ich hat es wenig verloren gerade jetzt in diesem paket hier weiß man wirklich absolut nicht was man dem messer so toll finden soll weil irgendwie ist alles sehr aufregend und letztendlich kann man sich glaube ich nicht entscheiden und das macht es dem käufer oder dem messer liebhaber schwer allgemein das messer für schön anzusehen definitiv dem ein oder anderen gefällt sicher da habe ich schon paar rückmeldungen diesbezüglich gesehen gehört oder gelesen und ja ich muss es nicht haben ja drei schrauben im griff die sehr schön sind von der gestaltung her gefällt mir sehr gut ebenfalls sieht man diese auf der rückseite die kaiser typische achsschraube da wird kein tool mit liefert noch nicht und ich hoffe das wird sich ändern wobei es ist keine achsschraube wo man ja unbedingt was super spezielles brauche also man kann da alles hernehmen was da diese länge hat den durchmesser hat beziehungsweise die länge des durchmessers hat und schlank genug ist um da in die nuten zu passen aber allgemein kann ich sagen also das ist natürlich sehr detailliert jetzt sehr genau und würde ich sagen auf jeden fall dass die achsschraube nicht zum muster zum motiv an den griffschalen passt weil die griffschalen an sich sehr sehr organisch und die achsschraube natürlich sehr technisch gestaltet und das beiß dich wie ich finde ja vielleicht auch interessant zu erwähnen also man sieht ja hier denke ich mal ganz guten gibt es ist gut rum finde ich wo die ranken selber so ein bisschen poliert daherkommen und der hintergrund eben ja so ein titanfarbe ich bin ein bisschen braun das soll keine analysierung sein sondern eher sondern eine beschichtung eine titan beschichtung also sehr kurios titan beschichtung auf titan an sich sieht das schön aus aber die frage ist wie haltbar ist diese beschichtung da muss man natürlich sehen aber ich denke mal ohne beschichtung wäre das vielleicht besser geworden also vielleicht vorher gesandt strahlt und danach erst hier angeschliffen und poliert wäre vielleicht besser dann hat man hier ein lernjaggloch finde ich auch sehr schön keine kreisrunde bogen sondern ja etwas was ich sag mal tränenförmig oder tropfenförmig ist gefällt mir sehr gut da kommen wir auch auf die rückseite zum clip titan clip der ist nicht versetzbar spielt aber auch keine rolle passt so eigentlich ziemlich gut der clip allgemein hat die form von lernjaggloch so im großen ganzen hat aber auch noch eine bohrung oder aussparung in dem in form des lernjagglochs finde ich sehr schön man findet die elemente hier in dem bereich wirklich wieder der clip ist wie der backspacer wie gesagt schon mal titan aber blau analysiert finde ich sehr schön die spannung ist jetzt nicht die größte aber gut kein problem ich denke mal das messer wird auch so wirklich vernünftig in der tasche sitzen und ja ansonsten das waren so mehr oder weniger die punkte die ich ansprechen wollte zumindest design technischen und da gibt es aber jetzt paar punkte die nicht so gut sind und die wollte ich jetzt mit und mit ansprechen aber ich kann sagen an sich ist das messer wirklich sehr gut also es läuft auch sehr gut der flipper funktioniert ziemlich gut ist auf kugellager gelagert und hat einen keramik die tempo also man kann hier sehen man kann damit wirklich spielen bis zum umfallen die klinge fällt mit eigengewicht und gleichen schütteln in die schalen also man kann stunden lang machen ja die handlage beim messer ist eigentlich ziemlich gut in beiden fällen jetzt kommt das aber so ich habe das messer jetzt schön fest in der hand und ich halte es auch mal fest es geht sich nämlich in dem clip um die druckpunkte beziehungsweise um einen einzigen druckpunkt und zwar das ist der hier mir war zwar angesprochen und gemeint ihnen stört das nicht aber mich stört also bei meiner hand wir haben unterschiedliche hände bei meiner hand stört es definitiv also hier ist ja kräftiges arbeiten etwas härteres auf jeden fall nicht drin das stört absolut sie doch denke ich mal daran dass einmal der winkel eventuell zu groß ist oder einfach der bereich hier zu lang ist wenn man könnte den winkel wirklich kleine gestalten oder eben hier kürzen das ist eigentlich so das schlimmste an diesem messer was verarbeitung geht oder funktionen angeht also das stört man hat den punkt immer noch man sieht es man sieht zwar auch hier dem clip aber das ist wirklich kein problem das hat man bei jedem messer aber so eine druckstelle hier hatte ich bisher noch nie das ist ein super extremer hotspot ja des weiteren lernert loch der ist ziemlich scharfkantig also das sollte auch nachgebessert werden auf dauer werden da die paar kurz nicht mitmachen die werden aufgescheuert werden und vielleicht sogar abfallen und das dauert natürlich aber ist auf jeden fall scharfkantig ist auch ein dreckfänger wenn man da wirklich mit den fingern drüber geht dann schafft sich der ganze dreck von der haut da rein und ist nicht wirklich so prickelnd erweitern ja der clip der flipper tab ist auch schon eigentlich sehr gut gefällt mir der finger hat schon eben angesprochen liegt eigentlich sehr gut in der hand aber der muss ein bisschen erweitert werden das heißt wenn ich jetzt ich habe jetzt nicht die dicksten finger wenn ich die hand aufrege sitze ich schon auf der schneiden ecke also so in dem fall geht es aber wenn ich die finger weiter durch schiebe so wie ich das eigentlich immer halten würde dann bin ich auf der schneiden ecke aber auch kein problem also man könnte das wirklich bisschen erweitern wieder nach vorne hin oder nach hinten hin das ist kein problem das war punkt 2 und ja punkt 4 kann ich vielleicht sagen der sticker der sollte ab da muss nicht drauf sein mädchen scheine die angabe kann man auf die kiste auf die box machen nämlich auf diese box kaiser nice irgendwann feierabend wenn man unbedingt hier mädchen scheint auf das messer haben möchte dann lasern vielleicht da irgendwie in den backspacer irgendwo das kann man natürlich machen aber als dicker ist irgendwie ein bisschen komisch das kenne ich irgendwie von spielzeugen wo ich klein war so 23 euro spielzeugen also das messer ist wirklich verarbeitetechnisch eigentlich ziemlich gut bis auf die eben genannten mängel das hat eigentlich fast jedes messer und das kann man wirklich weglassen ansonsten die tanto klinge die habe ich ein bisschen benutzt tanto ist nicht unbedingt meins merke ich immer mehr kurz pizza geschnitten damit und habe gemerkt ich schneide nur mit dieser schneide die kam bei mir nie zum einsatz manche sagen okay die ecke tanto ecke hier ist super genial aber kann ich mir auch nicht erklären ich habe die spitze ja sonst sehr auch also keine ahnung ob das jetzt irgendwie besser ist als das hier hier hat seine aber das ist egal das messer gibt es auch mit einer anderen klinge mit einer rockpoint klinge die sogar ein bisschen besser zu den griffen passt aber im grunde genommen es ist geschmackssache also das messer würde ich mir in dieser form nicht holen dafür müsste das messer bisschen einer diätkur unterzogen werden das heißt vielleicht etwas vielleicht überhaupt das motiv weg haben hier komplett weglassen und ein zwei bohrungen hier reinsetzen findet sich wieder die klinge in den griffschalen wieder ein bisschen wobei die bohrungen die sehen natürlich sehr schön aus ja aber das ist natürlich immer die frage wie komfortabel ist das wenn man weiches schnitt gut hat und das bringt dann die bohrungen ein hat man immer probleme sauber zu machen und ja weiterhin muss man auch sagen dass die oberflächengüte hier in dieser lang noch in dieser tasche nicht so schön ist wie hier das heißt man sieht teilweise da wirklich so läuft ein bisschen an das kriegt man auch nicht sauber und in der zweiten bohrung ich weiß nicht ob ich das zeigen ob man das sehen kann ist ein bisschen was rostfarben das kann nur rost sein weil ich habe das messer da in dieser stadt noch nicht benutzt beziehungsweise verschmutzt also man sieht das denke ich mal ganz gut das bisschen rosten also es ist alles so ein bisschen heikel wenn man kann kommt auch nicht schön rein um sauber zu machen aber design technisch ist ist die klingel wirklich sehr schön gefällt mir sehr gut ja eigentlich war es das eigentlich zum messer etwas zum größenvergleich noch dazu stellen bevor die kamera sich wieder verabschiedet weil ich irgendwie die 4 gb grenze erreicht habe ein spider co southard ist natürlich etwas kürzer aber unbedeutend ein sascha thiel und ein zero tolerance 0550 gut also nochmal Fazit gut funktionierendes messer nur das design ist eben geschmackssache da muss jeder für sich selber entscheiden auf jeden fall bedanke ich mich nochmals beim Miro und bei Kaiser Knives ein ganz tolles projekt ich freue mich auf das andere Kaiser Messer was demnächst auch irgendwann mal zu mir finden wird und wenn das Messer genauso gut funktioniert also kann man ja wirklich sich überhaupt nicht beklagen gut ich verabschiede mich dann und wünsche euch einen schönen Tag bis dann ciao ciao